Der Medienparcours der Initiative Teach Today ist für Kinder von 9 bis 12 Jahren und regt über Spaß und Bewegung dazu an, die eigene Mediennutzung zu reflektieren. An fünf verschiedenen Stationen werden in aktionsreichen Übungen und Aufgaben verschiedene Bereiche der Mediennutzung aufgegriffen. Zum Beispiel mit der Station Buchstabenbalance. Umgangsformen in der digitalen Kommunikation sind das Thema dieser Station des Medienparcours. Denn respektvoll und fair sollten die Kinder auch im Netz miteinander umgehen. Das reflektieren sie in diesem Geschicklichkeitsspiel. Die Kinder ergänzen hier einen Lückentext, der eine Chatregel darstellt und tauschen sich abschließend über die verwendeten Begriffe aus. Was heißt dann respektvoll eigentlich? Zum Beispiel nicht beleidigen. Zum Beispiel nicht beleidigen, ja. Sehr gut. Jetzt schauen wir nochmal, ob wirklich auch alle Worte richtig dran stehen. Auch im Netz verhalte ich mich immer. Thematisieren sie den respektvollen Umgang mit sozialen Medien auch in ihrer Arbeit. Auch in ihrer Einrichtung lässt sich die Station Buchstabenbalance mit ganz einfachen Mitteln umsetzen. Zum Beispiel mit Tischtennisbällen statt mit Filzbällen, die an Klebefilmen haften bleiben. Oder bei einer Variante der Station ganz ohne Bälle mit Papier ausschnitten. Alle detaillierten Informationen, Inhalte und Materialien zu dieser Station stellen wir Ihnen online unter www.teachtoday.de zur Verfügung. Gehen Sie hier auf Gestalten, Medienparcours, Parcours selbst umgesetzt und nutzen Sie die Download-Funktion auf der Seite der jeweiligen Stationsbeschreibung. Nach dem erfolgreichen Download des SIP-Pakets erhalten Sie folgende Materialien. In der Beschreibung der Station Buchstabenbalance finden Sie zusammengefasst alle Informationen zu dieser Station, zu den Materialien und zum Ablauf. Starten Sie also am besten mit diesem Dokument. Mit dem Arbeitsblatt Lückentext finden die Kinder zu Beginn die fehlenden Buchstaben. Das Tablet-Motiv verschönert das Balanciertablett. Die Informationskarte Stationsbetreuer ist eine kompakte Gedankenstütze für die Helfer während des Stationsverlaufs und die große Vorlage des Lückentextes ist schließlich für die Tafel bestimmt. Mit den Materialien zum Selbermachen integrieren Sie diese Station des Medienparcours leicht auch in Ihre Arbeit, zum Beispiel auch im Nachmittagsbereich oder an einem Projekttag oder gestalten Sie einen Elternabend zum Thema wertschätzender Umgang in sozialen Medien. Probieren Sie es aus und berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.